Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt, wurde ganz herzlich begrüßt, man kannte schon meinen Namen. Alle sind sehr nett gewesen, alles wurde möglich gemacht, jede Frage wurde beantwortet. Der Zahnarzt, von dem ich behandelt wurde, der spricht auch Deutsch und alle waren ganz freundlich und ganz nett zu mir gewesen. Und ich fühle mich hier sehr aufgehoben. Vielen Dank.